Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und habe hier die Defender Series für das iPhone 3G und 3GS von Otterbox. Das ist eine spezielle Hülle für Leute, die beispielsweise auf dem Bau arbeiten und ihr iPhone nicht so ungeschützt lassen wie meins, denn meint sie schon richtig schlimm aus. Das packen wir jetzt mal aus. Und hier haben wir das Case. Es ist klar, dass das Ganze dann ein bisschen dicker wird, muss ja auch ein bisschen Schutz um das iPhone rum. Und hier haben wir noch eine spezielle Halterung für den Gürtel, um das Gerät noch mehr zu schützen. Dazu dann später mehr. So, jetzt schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Hier sieht man, haben wir eine Gummi-Schutzhülle erstmal drüber. Und hier hartes Plastik. Man kann aber trotzdem noch alles wunderbar bedienen. Hinten sehen wir sogar noch dann das Apple-Logo. Hier haben wir eine kleine Aussparung für die Kamera. Dann kommt noch wunderbar an alle Anschlüsse. Hier den Docking-Port ran. Die sind alle spritzwassergeschützt. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man das Ganze auseinanderbaut, damit man auch das iPhone reinbekommt. Dazu müssen wir hier erstmal diese Gummi-Schutzhülle entfernen. Dann dieses Plastik-Case öffnen. Da ist ein kleiner Dummy drin. Hier sieht man dann auch nochmal, dass ein Schutz für das Display vorhanden ist. Also einfach iPhone hier platzieren. Dann wieder die beiden Plastik-Teile zusammenführen. Einfach zusammendrücken. Das schnappt dann ein. Wieder in die Gummi-Hülle. Und fertig. Das Ganze lässt sich auch noch wunderbar bedienen. Wir haben hier die Lautstärke-Tasten. Hier den Mute-Switch. Kopfhörer können wir immer noch anschließen. Und natürlich auch problemlos aufladen. Der Touchscreen funktioniert auch wunderbar, obwohl wir hier so eine Schutzhülle davor haben. Und jetzt kann das Teil auch mal aus Versehen hinfliegen. Und dann brauche ich jetzt keine Sorgen zu machen. Gut, das sind jetzt keine besonderen Höhen, aber ich denke mal, so einen ganz normalen Sturz sollte es überleben. Und um das Display jetzt noch weiter zu schützen, haben wir hier diese Vorrichtung für den Gurt. Können wir hier beliebig einstellen. Und da kommt das iPhone in der Defender Series Box einfach so rein. Und schon ist auch noch das Display wunderbar geschützt. Es hält Bomben fest. Ihr müsst sie einfach nur hier lösen und schon könnt ihr es rausnehmen. Also, noch eine ganz gute Lösung. Das war mein Review zur Defender Series für das iPhone 3G und 3GS von Otterbox. Abonniert auf jeden Fall meinen YouTube-Channel auf youtube.com. slash newgadgets.de Für weitere Gadgets. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare damit. Und vielen Dank fürs Zuschauen. und vielen Dank fürs Zuschauen.